Was ist der Zusammenhang zwischen Husten und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung? Chronisch obstruktive Lungenerkrankung ist eine Störung in der Lunge einer Person. Husten und chronisch obstruktive Lungenerkrankung hängen zusammen, weil das häufigste Symptom der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung ein Hustenproblem ist. Menschen, die an chronisch obstruktiver Lungenerkrankung leiden, leiden oft unter einer bestimmten Art von Husten, die dazu führt, dass sie große Mengen Schleim ausscheiden. Dieser Husten beginnt im Allgemeinen in den frühesten Stadien der Krankheit und ist in vielen Fällen das erste Symptom, das eine Person aufweist. Der Grund für den Zusammenhang zwischen chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und Husten hängt hauptsächlich mit der Mechanik hinter chronisch obstruktiver Lungenerkrankung zusammen. Die Krankheit wird durch eine Entzündung des Gewebes in den Lungen einer Person verursacht. Wenn sich die Lungen entzünden, bilden sie häufig als Abwehrreaktionsschleim. Wenn die Lungen ständig entzündet sind, können sie genug Schleim produzieren, um die normale Atmung zu stören. In Fällen, in denen dies geschieht, wird die Lunge einen Husten auslösen, um etwas von diesem Schleim auszutreiben. Husten und chronisch obstruktive Lungenkrankheit stehen auch oft im Zusammenhang mit dem Rauchen, und manchmal wird chronisch obstruktive Lungenerkrankung als spezifisch durch Rauchen bezeichnet. Das ist nicht ganz richtig, aber es gibt eine Beziehung zwischen den beiden. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung ist im Allgemeinen das Ergebnis einer Reaktion auf einer Art Lungenreizmittel. Dies können Chemikalien sein, die eine Person bei der Arbeit inhaliert, oder eine beliebige Anzahl anderer Substanzen. Rauchen ist die häufigste Ursache für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, aber nicht immer die Hauptursache. Wenn eine Person Husten und eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung entwickelt, ist die beste Behandlung in der Regel, um den Reizstoff zu beseitigen, der die Störung verursacht. Während der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung wird die Lunge einer Person tatsächlich physisch geschädigt. Dieser Schaden ist in der Regel dauerhaft und kann nicht repariert werden. Manchmal ist es möglich, weitere Schäden zu stoppen, indem Reizstoffe vermieden werden, die möglicherweise die chronisch obstruktive Lungenerkrankung verursacht haben. Wenn der chronisch obstruktive Lungenkrankheitspatient ein Raucher ist, wird dies im Allgemeinen das Aufgeben von Zigaretten bedeuten, und wenn jemand in einer verschmutzten Fabrik arbeitet, muss er möglicherweise seine Arbeit aufgeben. Viele Menschen bemerken nicht, dass Husten und chronisch obstruktive Lungenerkrankung miteinander verbunden sind, und ignorieren möglicherweise chronische Hustenprobleme. Dies kann langfristig potenziell tödliche Folgen haben. Menschen mit schwerer chronisch obstruktiver Lungenerkrankung leiden möglicherweise unter Sauerstoffmangel in ihrer Blutbahn. Sie können auch durch ihre grundlegende Atemunfähigkeit fast verkrüppelt werden. Aus diesem Grund wird Menschen mit einem hohen Risiko für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen generell empfohlen, chronische Hustenprobleme ernst zu nehmen.